Die Gefallenen in der Ischta senke auf der Venus haben wohl das Gefängnis der Alten im Arschlochpriester. Das Kopfgeld der Königin ist hoch, also ist er mächtig. Wir müssen ihn finden, bevor sie seine Seele wiederherstellen können. Sie werden die Seele des Archonpriesters schnell wiederherstellen. Wir sollten schnell zu den Höhlen. Wir sollten erst einmal die Aufträge mitnehmen. Wie können Sie die zu den Höhlen? ...und befissene, glaube ich, sind es. ...und befissene, glaube ich. Verdammt, Achtung für mich, ist recht. Ich sehe nach, ob es Nachrichten gibt. Was haben wir denn hier? Pass auf dich auf! Komm zurück! Was haben wir denn hier? Komm zurück! Äh ... ... ... ... ... ... Die Gefallenen in der Ischta-Senke auf der Venus haben wohl das Gefängnis der Alten im Riff geplündert. War ein Archon-Priester drin. Das Kopfgeld der Königin ist hoch, also ist er mächtig. Wir müssen ihn finden, bevor sie seine Seele wiederherstellen können. Sie werden die Seele des Archon-Priesters schnell wiederherstellen. Wir sollten schnell zu den Höhlen. Die Seele des Archon-Priesters Die Seele des Archon-Priesters Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. 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 Okay.